Hi, willkommen in Essen. Mein Name ist Giuliano. Ich spiele in der Baller League bei Calcio Berlin. Vielleicht kennt ihr mich auch von Find the Pro und ihr begleitet mich heute bei meinem Tag bei der Baller League. Bei der Baller League kriegt man jeden Montag 50 Euro. Hier ist die Coolbox hinter mir. Minus 85 Karat. Was für ein Arschkalt. Scheiße, wir waren drei Punkte. Hier ist die Küche. Hier ist mein Hund, Nala. Auch ganz Nala hier. Sehr lecker schön. Genau. Das ist meine Mutter, ist immer dabei. Hi, ich bin die Denise, ich bin die Mama. Jetzt zuerst mache ich mir natürlich morgens, ganz wichtig, immer ein leckeres Frühstück, auch ein gesundes. Ich zeige euch mal, wie gut ich kochen kann. Der Sohn von Jens Lehmann, Lasse Lehmann heißt er, ist der Organisator, der Kopf, sag ich mal, einer der Köpfe oben. Er hat dann gesagt, okay, Giuliano, ich habe gehört, du bist einer der besten Straßenkicker. Willst du dabei sein? Wir haben ein geiles Projekt vor uns. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich habe Bock. Danach wurden ja alle, ich glaube, 150 wurden eingeladen, aber noch 128 wurden gewählt. Ich war First Pick von Calcio Berlin. Geht schneller. Ja, zeig mal. Ich habe jetzt ein paar Hungers. Mama, Essen macht es mal am besten. Geht mal bitte deinen Teller. Schon fertig? Eigentlich wollte ich da Frühstück machen. Machst du denn? Ja. Ja. So, mein Hund hier. Nein, nein, nein. Lecker, ne? Ja. Vorsichtig. So, Essen haben wir auch mitgenommen. Jetzt geht's rüber zum Friseur. Machen wir die Seiten ein bisschen fresh heute Abend. Mach's gut, ne? Ja. Steht ab. Komm, du kriegst noch einen High Five vor mir. Mach rein, du. Ciao. Komm mit. Ich spiele jetzt bei Schwarz-Weiß-Essen. In Essen hier auch in der Oberliga. Natürlich mein Ziel in fünf Jahren ist es, weiter mit Fußball oben zu stehen. Natürlich peile ich dann nach Bundesliga an. Aber ich weiß, es kommt nicht von heute auf morgen, Step by Step alles. Und dann natürlich in fünf Jahren, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe es geschafft. Oder auch schon nächstes Jahr vielleicht, ja. Ich habe jetzt hier so ein neues Lied, sage ich mal, entdeckt. Ich mache mal jetzt einfach mal an, ne? Pass mal auf. Da fühle ich den Beat einfach immer. Und natürlich muss die laute Musik dann auch mal auf 110 Prozent sein. Weil sonst fühle ich es einfach nicht. Musti ist so der Bekannte, sage ich mal so. Der Ronaldo, die mal die Haare geschnitten. Oder war auch beim Ronaldo jetzt vor zwei Wochen. Oder sonst viele Dortmunder Profis. Schalke, Kehrer oder Neuer. Solche Spieler alle. So. Wie geht's in Marca? Amigo. Alles gut. Klar, Deva? Du musst mich. Alles gut. Boah, auch hier. Was? Ja, bei dir? Das sieht schlimm aus, ne? Ich weiß selber. Aber gleich sieht besser aus. Bei der Bola League kriegt man jeden Montag 250 Euro. Bei mir ist es gut. Weil ich komme aus Essen. Ich fahr nicht lange nach Köln. Kann mir ein bisschen, ja, ein bisschen fürs Leben benutzen, ne? Würde ich mal sagen. Aber nicht nur das Geld. Sondern ich finde der Spaßfaktor, um das, was gerade ist, aufzubauen. Und jetzt soll ja Season 2 auch noch kommen. Und dann denke ich, gibt es auch ein bisschen mehr. Ja, ja. Am Anfang natürlich war der Verein nicht begeistert. Jetzt haben Vereine Spieler rausgeworfen auch. Aber ich bin mit dem Verein, sag ich mal, gut. Haben es offen kommuniziert. Wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, heute ein wichtiges Training wäre oder ein Spiel, manchmal gibt es das ja auch, dann würde ich natürlich nicht zur Bola League gehen. Solange es abgesprochen ist, ist alles im grünen Bereich. Kommt rein. Hallöchen. Wie geht's dir alles gut? Alles klar. Ja. Hier ist die Coolbox hinter mir. Minus 85 Grad. Aber ich denke, es werden minus 100 Grad. Also ich denke mal, ich werde jetzt nicht erfrieren. Aber es wird arschkalt. Ich muss bis auf Unterhause alles ausziehen. Aber die Männer können natürlich drin bleiben, ne? Ich gehe jetzt drei Minuten rein. In der Zeit habt ihr die Zeit da draußen zu abonnieren, ein Like dazulassen und zu schreiben, wie euch bis jetzt das Video gefällt. Deswegen, ich gehe jetzt rein und bis gleich. Ja meine Freunde? So, letzte 50 Sekunden. Jetzt geben wir Ihnen nochmal den Booster. Das heißt, wir aktivieren nochmal die Kompressoren. Das gefühlte Ketteempfinden steigert sich. Und das merkt man natürlich nochmal ganz klar an seinem Gesichtsausdruck. Oh. Oh. Eingefroren. Oh. Arschkalt, aber wirklich. Super für die Regeneration. Kann ich jedem nur empfehlen. Das ist gleich meine Freunde, ne? Das ist gleich meine Freunde, ne? Hast Pärsow alles mit? Nein, das bleibt ja. Bei mir ist das. Marvin, du spielt bei uns in der Mannschaft. Ja? Ja, ich gebe Ihnen das. Sie haben Pärsow verloren. Marvin, was ist los? Auf dem Boden. Ich bin eigentlich noch dasselbe mit dir. Ey, der Schönste von allen, ne? Wirklich, wie geht's dir? Ey, mag ich nicht. Nein, nein, da macht Spaß bei dir. Der ist so der Chef von Security hier. Von Calcio Berlin, Nummer 10. Giuliano Zimmerling. Die Kabine von Sweets United. Genau, hier sind wir drin. Ah, Maschine. Grüß dich, alles gut? Wie geht's dir? Hi, Männer. Ich habe meinen Ausricht gefunden. Ja, hier. Hi, grüß dich, alles gut. Wie geht's dir? Wir ziehen's jetzt um. Haben jetzt 20 Minuten die Kabine. Dann kommt der Coach rein. Bespricht noch mit letzten Anweisungen. Dann geht's runter zum Warm-Up-Raum. Und dann geht's schon mal wieder auf den Platz. Genau. Drei Punkte und nicht wie jeder sagt, ein Punkt reicht zum Final Four. Scheiß drauf. Wir wollen drei Punkte. Was geht's denn? So, jetzt gehen wir in den Warm-Up-Raum. Da können wir ein bisschen Fußball gucken, ein bisschen Fahrrad fahren, Fußball spielen. Ihr seht selber jetzt. Wir schauen mal kurz mit dir ab. Aua! Mmmh! Aber ich weiß ja, es ist ein Invasion. Hattrick, Giuliano, der beste und der beste Spieler im Team. Ja, schau mir. Hattrick, heute Hattrick. Hattrick, ja. Ja, gewinnt, gewinnt. Du wirst 100. Die Maschinen, nachdem wir die weghauen haben, haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, so geht es nicht weiter. Und dann haben sie rasiert, aber richtig. Jetzt sind sie nicht die Erste, sie sind richtig stark. Aber auch natürlich wegen jedem. Die Maschine hier. Eins gegen eins. Danke, Chef. Bitte, bitte. Wir sehen uns. Also viel Glück beim Spiel. Und ihr gewinnt, seid ihr durch. Obito Hattrick, ihr habt ihr Smart��uchねst? Dino. Hört, ihr habt ihr habt ihre fonden Kompré? programmes. Das Spiel ist vorbei, wir haben gewonnen, wir sind in der Final Four. Richtig geil. Hier oben sind noch zwei Videos, gern noch abchecken, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo oder ein Like da. Jetzt verabschiede ich mich, geh erst mal zur Mutter hier. Wo ist sie denn? Mama? Mama? Alles gut, wo ist sie denn? Wir haben, wir haben Fotos, wir haben.